Warum nur gibt es diese Karten, die mir meinen Spaß verderben? Weil ich damit etwas kauf, das ich eventuell mal brauch. Oh, 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 oh Lampe für mich, doch noch brauch ich die nicht, ja aber bald. Das Geld wird kalt, das Geld wird kalt. Das Geld wird kalt. Das Geld wird kalt, das Geld wird kalt. Das Konto ist ungedeckt. Meinungen beim Eberat. Das Konto ist ungedeckt. Rückbuch von Kostet. Das Konto ist ungedeckt. Der Monat ist auf vier hell zu lang. Das Konto ist ungedeckt. Der Monat ist auf vier hell zu lang. Der Monat ist nun schon zu Ende. Das Gehalt ist lange drauf. Die Schuldenlast, bereits beglichen, kann wieder drauf, was ich brauch. Das Konto ist ungedeckt. Meinungen beim Eberat. Das Konto ist ungedeckt. Rückbuch von Kostet. Das Konto ist ungedeckt. Der Monat ist auf vier hell zu lang. Das Konto ist ungedeckt. Meinungen beim Eberat. Das Konto ist ungedeckt. Rückbuch von Kostet. Das Konto ist ungedeckt. Der Monat ist auf vier hell zu lang. Das Konto ist ungedeckt. Der Monat ist auf vier hell zu lang. Das Konto ist ungedeckt.